Ist das ein Six-Game gegen Draven Rell, oder ist das... Kann ich machen, wie du willst. Du kannst auf jeden Fall ADC gehen. Oder Seraphine, ja, ist auch gut. Wir geben Anti-Shield-Items ein bisschen viel Value, aber ist trotzdem gut, glaube ich. Wenn der AC geht, ich glaube, dann sollte ich hier unten gehen. Hauptsache AD. Ja. Blöde Frage, aber es ist nicht unfair, mit PoE zu spielen, wenn ihr eine Challenge macht. Das ist wirklich eine blöde Frage, ja. Wir sind ja nur zufällig in Games gekommen. Hier mal. Ich würde niemals cheaten. Und Leute, ich will ehrlich mit euch sein, das letzte Game hätte ich niemals gewonnen. Aber es ist ja nicht so, als würde ich jetzt hier jedes Game 0-3 stehen und dann sagen, Tristan, bitte, bitte, carry mich. Ich glaube, wir kriegen ganz unchristlich aufs Maul lieber Blitzschränk. Alright. Kolek, kannst du mich hören, oder nicht? Ja, was? Kolek ist mein, also der ist der Supporter. Der hat gerade irgendwas geschrieben, von wegen, er hat die Hose aus. Achso. Bist du Deceit? Halt deinen Maul, als ob du sie ziehst. Als ob du ein insane Dreck bist. Halt deinen Maul, als ob du sie ziehst. So, bist du da. Der Draven macht euch Moni free, oder nicht? Ja, wenn ich ins zweiten Hit setze, nicht. Okay, der Game. Muss schon wieder sein, dieses Game ist gut antifun, ne? Wie ging der da alleine los? Ja, ja, Draven ist einfach so fucking bastard. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ach. Ja, ich hasse League. Es ist official. Der Draven ist noch recht weit weg. Ich finde die Spider-Olymp, das sind insane. Was? Alter, what? Ist das insane, oder was? Wir sind komplett insane. Wie, wenn niemals sane. Einen habe ich noch bekommen, und der Draven ist geflasht. Insane Game von The String. Sehr, sehr stark. Ja, der Top-Land sieht wieder nicht so geil aus. Der Milan schon wieder nicht. Der versucht, uns aufzuhalten. Ja. Wieder auf Lame, natürlich noch Lame. Oh, ich bin in Trouble. Trouble Knock-Up. Hilf mir, Alter. Wenn der noch irgendwie ein Zauber hatte, aber der war irgendwie auch 1 HP, nur in deiner. Like, pretty best, let's stay mit 1 HP. Zauber, Ikan. Leute, Tristan ist super krass in Liga-Legenden, also absolute Obermaschine. Und dann braucht halt jeder Superman aus seinen Kryptonit, und das ist, dass er Zauber sagt. Und ich brauche meinen Sidekick. Jeder Silver Hero braucht auch seinen Sidekick. Das bin dann wohl ich. Nee, oder? Bezieh. Na gut. Kein Flash mehr. Felter. Wie hat der Eiwein, die auch so Hardcore ist zu load? War das einfach nur sein E? Was wieso ein Silian E gerade? Oh, wir sind so geil. Holy shit. Kolek, du und ich. Alter, wir sind alle wieder so gefeedet. Nur Topline müssen wir durchfüttern, aber ansonsten sieht's gut aus. Oh, nice, Topline. Linie ist Spotter. Wollt ihr das Chava, oder seid ihr voll? Wir können nicht gedived werden. Fiegen mit deinem Turm. Kolek, ich sag's so, wie es ist. Wir zwei ohne Hose. Wir können die ganze Welt erobern. Ich nehm grad den ganzen Jungle Camps weg. Weil ich AI hab, bin ich Monster. Also noch 400 Gold. Oh my god, der Eiwein Auto-Taggler. Die Leute sagen, du bist ein Seraphine-Abuse, wenn du gesehen hast, dass Solar auf Seraphine am abräumen ist. Und das? Äh, ja, ich kopiere Solar, aber ich bin die bessere Seraphine. Ah, okay. Ich hab Seraphine gespielt, weil Solar noch feucht. Äh, also. Lustig meinst du? Lustig in den Windeln. So. Boah, es ist wirklich sehr balanced. Boah, dieser Blitzfeng ist so geil, man. Der huckt einfach und dann werfe ich mir Spells drauf. Oh, ich dachte, ich kann ja one-shotten. Oh ja, der Chilled-First gebaut. Ja, der Chilled-First gebaut. Oh nein, das ist nicht guter. Ah, doch. Jetzt ohne Schild kann man ihn killen. Der hat einen Shuttle noch mehr bekommen, muss man aufpassen ein bisschen. Ich hab meine auch schon an ihn abgegeben, also der Draven wird relevant bleiben. Okay, sei ehrlich, der Blitzfeng ist, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen feucht geworden. Der Hook, Predict, war schon sexy, du. Ich hol' gerade Botland-Türme mit dem Alvern. Nee, da oben einfach werfe ich, ist glaub ich schon sehr worth. LOL. What? Er hat mich, obwohl ich eh gecastet habe, weggeworfen und dann hab ich trotzdem den Spot zurückbekommen. War ein bisschen anlackig. Ich glaub, wir chillen einfach und spielen die Dragons und dann auf Seele. Äh, die Jungs sind hier nicht am chillen, kann ich schon mal sagen. Bist du theoretisch dabei? Nee, 1 Minuten 40, tp. Also, ihr seid auf jeden Fall gegen 4. Ja, sie ist jetzt nicht so strong, aber die haben Turm. Gegen Turm ist immer ein bisschen sass. Wenn wir die ganze Zeit für Hooks spielen, ist ja fein. Ich trau mal den Turm gerade aus, die müssen wir gar nichts machen, wir gehen gerade alles. Äh, die Dinger sind oben, die Dinger sind oben. Oh mein Gott, ich fühl's zu spät, Colt. So, hab ich ihn schon gekillt. Hab beide gekillt. Maschine. Wenn ihr jetzt einfach nur pusht, ohne zu sterben, krieg ich noch einen Turm in Turm hier. Oh, Spells my friend. We haven't flashed. Pass auf, der wird nur auf dich schauen, der Arse. Nein, nein, nein. Double Sum, ist okay. Ich hab den Lillian gekillt, war aus den Turm bekommen und jetzt war aus beide Sum, ist es nono. Das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr advanced. Ich glaube, die Arne Windcon ist irgendwie vielleicht den Baron Sneak, oder die Arse Dravenarm. Ich glaube, ich grübe jetzt Mitte, kommt zum Dragon und dann, ja, die warten wir einfach. Sonst gut. Der Arse ist nicht weak, aber eigentlich müsste ich doppelt in der Mensch machen, ne? Alles gut. Oh mein Gott, der Draven Outtack. Wäre das nicht weak. Hey, fine? Ja. Ja, ich kill gerade von hinten. Du bist mehr als fine. Ich sehe schon, du bist mehr als fine. 3 Sekunden auf E. Hast du noch einen Slow oder so? Eine Sekunde. Was? Der ist tot, glaube ich. Ich hab schon... Oh. Oh mein Gott, dieses Schild kommt, Alter. Richtig disgusting. Und man zum Nash und wir können, glaube ich, nicht verlieren. Soll ich so ein Gätschen oder so? Ich warte nach euch. Man ist Ult in Gage. Also ich fand gerade eben die Ult war zum Beispiel sehr gut. Du hast, glaube ich, nur die Ray getroffen, aber es war trotzdem sehr gut in Gage, weil der mit dem einfach der tot war. Aber machen wir wieder Vibe es halt, würde ich sagen. Oh nein, ein HP. Ah doch, das ist ja noch keines. Ich glaube, die gewinnt das. Die haben wie alle Ultras auf mich benutzt. Okay, der Chris. Stark, noch ein Q? Alter, du bist ein Sane. Ihr könnt Aaron auch holen, wenn ihr nicht chasen könnt. Ich weiß nicht, wie schnell ihr seid. Äh, ich weiß ja, der Eivor. Yes. Junge, ich bin richtig Animal gechased, Alter. Ich liebe es. Gefühlt, jeder Zauber wurde gemisst. Aber wir haben sie, wir haben sie. Was ist das, Alter, für eine OP-Scheiße? Mit den einen Millionen Saplings. Ey, der tippeert gerade auch nicht. Boah, siehst du das? What the fuck is happening? Warum machen wir das? Warum machen wir das? Das ist doch so bad. Alter. Ist das bad. Alter, was geht hier gerade ab, Mann. Das war richtig cool. Ich glaube, wir machen den Ausgleich nochmal. Spiel den selben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los. Wir haben ein Wort drauf, ne? Das ist nicht gut. Lass uns kommen. Schuld ihn, ich holte ihn. Ich habe keinen Verlauf mehr. Alter, wir verlieren das. Damn. Losable? Nein. Wir müssen halt ein bisschen aufpassen, weil die Anti-Shield jetzt schon haben. Aber ich glaube, wir sind immer noch giga-ahead. Einfach Dragon 1,40. Ich bin nicht zu viele Objective-Bounties jetzt zu lassen. Na, kannst du eben Catch hier spielen, vielleicht? Alles klar, denselben Song und los. Wir haben einen Tour mit... Oh, shit. Ich glaube, ich versuche, von hinten zu moven. Die sollten mich hier nicht sehen. Oh, shit. Kommen wir auf die Backline rein. Double-Ult. Ah, ich habe einen Insane-Ult gelandet. Aber ich bin dafür tot. Aber ich habe beide Backlines getroffen mit einer Ult-Kuh. Boah, wir sind so geil, Mann. Wir sind so geil, komm. Ich glaube, dass ihr beenden könnt. 30 Sekunden, ich glaube nicht. Wir können einfach gar keine Champs-Tower machen. Haupt-Line-Turid ist low. Aber ich weiß nicht, ob ihr den machen könnt halt. Wahrscheinlich lieber einfach Dragon, oder? Einfach Dragon, würde ich sagen. Ich glaube, ich gehe ran. Der Draven macht mir zu viel Damage. Das ist einfach verrückt. Hat der nicht gemacht. Wenn die Contesten wollen, lassen wir die Contesten, glaube ich. Die waren ja auch ready. Was ist das für eine Scheiße? Der Draven? Der Draven? Der Draven? Botline pushen, man. Botline pushen, man. Botline pushen, man. Das macht ja so geil. Also unsere Team kommt, es macht so Laune, no? Die will sagen, aber Giga-Strong einfach. 2-3-3-2-3-2-3-2-3-2-3-3. Das können halt in 10. Also wie tanky ist der? Und es zu Team kommt, einfach richtig. Richtig. Ja, ich glaube, wir werden. Geiles Game. GG. Sag ich dazu nur GG. Another one. Kolek, ich weiß, du hörst das, ne? Kolek, das war ein amazing Game von dir. Du warst so fucking krass. Du warst so insane. Das war echt sexy. Der Moment, an dem du AFK warst, war der beste. Du hast einfach die Gegner reingebetet. Schon geil, ey. Untertitelung des ZDF für funk, 2017